Hi Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von Need for Speed Payback. Ja, und wir starten mal direkt. Jetzt bin ich hier der Paketfahrer oder was? Ja, du musst das Auto abliefern in 5 Minuten 14 Sekunden. Das kann ich. Ich brauche mich heute mit irgendeinem hohen Tier vom Haus. Es übernimmt die Stadt Block für Block, sorgt dafür, dass ein Auto nach dem Meeting bereitsteht. Machst du Witze? Ich habe vorhin schon Zeit, um Trap-Zeiten zu posten. Wie oft kriege ich schon die Chance, mit WSDB-11 eine Runde zu drehen? Das hat der Boss jetzt davon, dass er Racer einstellt. Das ist Vergangenheit. Der Deal lautet, keine Rennen mehr oder mein Arztrandet im Knast. Ah, echt schade. Ich auszahlt heutzutage gutes Geld, um Rennen zu kaufen. Bups, das kann ich nicht. Ich muss nicht mal mehr reinhängen. Und wo liegt der Sinn, wenn der Sieger schon vorher feststeht? Im Geld, Bro? Sie zahlen wirklich gut. Oh Gott. Gefeuert werden? Kann sein, ja. Ah, Speedrun-Aktivität. Wir fahren durch die Checkpons und erzielen dabei die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit. Alles klar. Das mache ich. Mal sehen, wie schnell dieses Baby ist. Ich habe die ganze Zeit gerade eben mal X gedrückt. War das, ne? Für die Handbremse. Ich glaube, das ist Handbremse. Ja, ja. Und ich glaube, das bringt, brauche ich gar nicht. Die Kurven, die waren so pinnepalle. Da vorne ist das Ziel auf jeden Fall. Oh Mann, was für ein Gefühl. Ups. Aua. Habe ich es geschafft, oder? Ne, du bist kaputt gegangen. Wie? Ich bin kaputt gegangen. Und wir haben nur einen Stern bekommen. Ja, du bist aber schlecht. Ja. Voll Kacke. Kann man bestimmt nochmal machen. Hoffe ich. Ja, bestimmt später dann. Wenn wir dann in die freie Fahrt kommen. Ja, ja, weil... Wahrscheinlich ist die Kiste einfach zu langsam. Oder ich bin zu schlecht. Ne, ich will nicht die Kamera wechseln. Ne, ich meine, da bist du ja nun gerade ausgefahren eigentlich. Ja, eigentlich schon. Und die Kurve war jetzt auch nicht so scharf. Warum soll ich denn nicht... Ach so. Das ist das Kamera wechseln. Ach, jetzt aber die war schon gut. Ja. Ja, fuck. Kacke. Das hast du jetzt davon. Nein. Oh, du hast noch 5 Kilometer zu fahren und noch 3 Minuten Zeit. Ja, das... Ich habe es verkackt. Aber das ist ja nichts Neues bei mir. Ne, das war nur, weil du die Sicht gewechselt hast. Ja, ja. Nur weil er mir gesagt hat, tu mal Sicht... Ich hätte es ignoriert. Ja. Hätte ich machen sollen. Oh, Speedtrap. Ja, jetzt bist du schon wahrscheinlich zu lang. 178, 179? Ja, gab auch einen Stern. Ja, super. Ja, das mit der Sternenjagd, das hatten wir ja schon bei Forza Horizon 3 so. Am Anfang unsere Probleme. Ja, das kommt. Tyler, wo ist mein Tag? Keine Sorge, wir... Ich bring's dir kaputt nach Hause. Äh, zu dir. Wo deine Freunde, Tyler? Tja, kein Wunder, dass der Hand weg ist. Geht's in den Land? Ja, da war schon richtig. Nur ein bisschen zu früh. Ich bin wieder blind. Ist auch aber hart. Ja. Er ist zu schnell für mich. Ich bin... ... auch schon fast ein alter Opa. Ach, jetzt aber. Wobei Opa ja sogar stimmt. Aber kein alter. Ne, das stimmt allerdings. Naja, gut, aber das ist seitlich, das soll ja wohl... Also zwei Kilometer, das schaffe ich auch mit dem Fahrrad in zwei Minuten. Gut, das letzte Stück ist ja Highway. Also, ja, ja. Schnell fahre. Es sei denn, ich... Ich drehe... Alter, ja, ich hab... Alter, Falter. Was war das denn? Ich hab gedacht, ach, keine Ahnung. Nicht denken fahren, ne. Und bin ich jetzt bald da? Naja, wir haben vorher noch ein paar Unerhäte. Naja. Das schaff sogar ich, da kann ich mich nochmal langlegen. Nein! Oh! Ich hab's voll drauf. Nein, doch. Oh, ja. Ja, passt schon. Ah. Oh, Kacke. Oh, ich würde lieber... hinfahren. Was zur Hölle? Die Uhr tickt, Weir. Verkauf das Casino oder wir nehmen es uns. Ah, wie nett. Hat die Fahrt Spaß gemacht? Hör zu, die Zeit ist noch nicht reif. Ich sage, wann das Spiel beginnt. Sechs Monate. Steig aus. Wenn ich auch nur einen Kratzer finde, dann fährst du nur noch den Müllwagen. Wir sehen uns morgen, Hartschott. Okay, Tai. Ab nach Hause. Echt jetzt? Ah, ab nach Hause. Das ist unser Auto. Ja. So sieht die Kiste auch aus. Und jetzt muss ich ja mit so einer Rülpskiste fahren. Fahrer nach Hause. Dann komme ich aus diesen albernen Klamotten raus. Na dann. Oh je. Hey, schlechte Neuigkeiten, Bro. Der Boss kriegt dir den Lohn. Er hat an dem F-Type von gestern einen Kratzer entdeckt. Was? Ich habe den nicht verbeult. Hey, ich mache die Regeln nicht. Genau. Ich habe den nicht verbeult. Ich bin mit der Miete im Rückstand. Hey, hey. Glaubst du, ich schwimme in Geld? Habe ich vielleicht ein Porsche-Logo am Arsch? Was ist dein Mist, Bro? Tut mir leid. Oh Gott. Also das mit dem einen Kratzer. Das Auto, das ist abgeliefert. Totalschaden. Nein, das war nichts von mir. Na dann. Oh, jetzt wollte ich dem gekonnt. Oh, ein Bullen. Aber nicht wegen mir, oder? Nee, der jagt da irgendjemand an. Na ja, wollte gerade sagen, weil so schnell fahre ich ja dann. Er hat da einen Kratzer entdeckt. Ja, bei den Unfällen liegt es nicht unter. Welche Stelle war da nicht verkratzt? Der Kofferraum. Nee, wobei doch, ich bin ja auch hinten angeditscht. Bist du es? Radiotus hier redet nicht so viel. Schön die Limo kaputt gefahren. Ja, mit dem S matten sah es aber ein bisschen besser aus. Ja, meiner ist aber nicht so wirklich schnell. Aber ich gehe mal davon aus, dass das unser eigentliches erstes Fazit ist. Der wird, der wird, mit dem werden wir... Alter! Was ich aber auch ein bisschen blöd finde. Ja. So, und jetzt? Genau, was ich sagen wollte. Also, ich habe gehört, ein Möchtegern Racer will für das Haus fahren. Richtig. Sag mir einfach wann und wo. Wow, wow, nicht so schnell. Denkst du, das Haus feuert jeden an? Du musst dich erst beweisen. Zeig mir bei ein paar Rennen in der Stadt, was du kannst. Wo gibt es denn deine Karte? So, was ich jetzt auf jeden Fall sagen wollte, weil ich ja schon wieder unterbrochen wurde. Ähm... Ja? Auf jeden Fall, was ich ein bisschen doof finde, dass, während man fährt... Du sollst uns umdrehen. Menuh! Das, während man fährt, das ist ja auch ein Teil von der Geschichte irgendwie erzählt. Und... Da muss man sich ja auch noch drauf konzentrieren. Ja, da... Das überhöre ich auch mal ganz gekonnt und dann quatsche ich halt weiter und dann hört man halt nicht, was da eigentlich jetzt gerade abgeht. Das heißt, du musst einfach die Fresse halten. Die ganze Zeit, okay. Ja, nein. 3, 2, 1, los. Was? Aber ich fahre ja jetzt auch nur zum nächsten Ring. Ah, das steht, wenn man die Karte öffnet. Ja. Kam ein bisschen zu spät. Oh, da links ist... Achso, das ist dieses Ding. So ein Speed-Challenge. Ja, aber mit der Kiste brauche ich ja schon dran, wenn ich versuche. Oh, verfahren. Ne, wie schön. Ne, ne? Na, du hast gerade eben angezeigt rechts. Äh... Ja. Jetzt recht. Ja, und wo? Hier oder was? Also, dass du das noch mal jetzt drücken musst, weil der die ganze Zeit irgendwie da Kacke schreibt. So. Den musst du rausfordern. Äh, R, 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 B. Richtig. So, und jetzt muss ich mal hier ein bisschen Geld verdienen, ne? Weil wir haben ja Verzug, 1300. So, erstes Rennen. Gewinnst du, sehen wir weiter. Ja, und wenn nicht, habe ich verkackt. Ja, dann musst du halt wahrscheinlich neu starten. Nix, hier wird nicht neu gestartet. Zwar ja beim Vorgänger ja auch so, dass du jedes Rennen gewinnen musstest. Ja. Wobei das ja schon gar nicht mal so schlecht aussieht. Ja, gut. Dritter, Vierter, Dritter, immer noch Dritter. Ja, die können ja nix. Aua. Alter, da haben sie einfach mal eine Wand hingesetzt. Eine Wand hingesetzt. Sehen die bescheuert? Aber ich fahre auch irgendwie voll langsam, aber die auch nicht wirklich schneller, ne? Ja, den hast du. Wo ist der Erste? Ja, der... Da. Da ist er. Ah, zockt der Schlechter. Ja, was? Falsches Spiel. Ja, der war auch nicht der Schlechter, sondern der Schänder. Ja, meine ich doch, irgendwie sowas. Ja, sehr gut. So, und jetzt halt nur nicht verkacken, weil das Rennen geht gar nicht mehr so lange. Das ist ja nur ein Sprint, ne? Kilometer, ja. Geht's jetzt nur noch geradeaus? Das kann ich. Weiß ich nicht. Ich hoffe. Das jetzt sieht so aus. Ja, bestimmt nicht. Da kommt nochmal eine Kurve. Ja, da kommt eine letzte Kurve. Vermutlich. Voll Gas. Ja, das kann ich. Voll Gas. Oh, der Vogel kommt. Nee, nee. Geschafft, du kleine Pussy. Pussy. 1,14. Na dann. Top. Die Wette gilt. Habe ich gewonnen? Ja. Und jetzt? Tja, das war nicht übel. Das Haus hat vielleicht Verwendung für jemanden wie dich. Je besser der Racer, desto überzeugender die Geschichte. Du weißt, ich bin gut genug für das Haus. Wir werden sehen. Das war ein guter Auftritt. Und vielleicht nur Glück. Also fährst du ein weiteres Rennen mit stärkeren Gegnern. Na dann. Das stimmt nicht. Kriege ich dann nochmal ein neues Auto? Ich will meine Rülpskiste nicht haben. Das mit den stärkeren Gegnern stimmt gar nicht. Und da stand auch wieder irgendwie 140 Punkte. Dings. Und dann? Keine Ahnung. Ja. Egal. Level oder so. Das ist jetzt gleich eine ekelige Kurve. Ja. Das ist nicht nett. Ja. Von dir aus gelacht zu werden auch nicht. Ich hab dich angelacht. Ja, ja, ja. Ich seh's ja gar nicht. Ich muss mir hier ja aufs Fahren kommen können. Dann sag ich's nächstes Mal, dass ich dich angelacht hab. Achso. Dann sag ich dir nur, dass ich dich nachgekackt hab. Offroad. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, du kürzt es ab. Ja, ja. Aber kommt man auch wieder raus, oder? Das stimmt. Na ja. Als hätt ich's gewusst. Pisi, pisi, pisi. Als hätt ich's gewusst. Was? Rust? Rustway Strecke. The Racer. So, mal schauen. Strecken waren doch Rundkurse, oder? Könnt sein. Wenn du gewinnst du, kriegst du die Chance für den Boss zu fahren. Das ist doch der Gummiband-Effekt. Da kannst du ganz schnell weit vorne sein, und kurz vor knapp, ditschst du einmal an die Wand, und dann haben sie dich direkt wieder instant überholt. Wie instant Nudeln. Ja. Nur ohne heißes Wasser. Ja, hier gibt's aber. Oh, da kannst du links durch die Dinger abkürzen. Danke. Ja, bitte in drei Punkten. Nee, sonst macht's Bumm. Wenn ich dich sehe. Oh, die kürzen alle ab. Hä? Die Pisten, nämlich. Wie geht denn das? Siehste? Und schon verkackt. Ja, du bist du als Dritter? Ja, da links neben der mir. Aber, aber, äh, die Kurven, äh, die, 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 die Runden sind gar nicht so nah. Nee, würdest du jetzt mir mal vom... Vom Poppes gehen? Sage mal. Der mag dein Auto. Ja, ja. Kann aber halten. Na gut, das geht ja. Aber auf gerade irgendwie... Mh, komm ich trotzdem nicht ran. Ja, weil er grad geboostet hat. Ja, ich auch. Ja, aber er ist nachträglich. Ach so. Jetzt muss ich mal gucken, wo die vorhin abgekürzt haben. Da kannst du jetzt links durch die Ding fahren. Danke. Oh, oh. Und jetzt hier grad auch auf dem Parkplatz. Ja. Ha, wir haben eure Technik durchschaut. Ja, letzte Runde. Sollte drin sein. Ja, vor allem, du hast auch zum Beispiel Abstand grad. Ja, das heißt ja nix. Das weißt du ja. Ich wollte es dir nur mal gesagt haben. Ja, ja. Aber wahrscheinlich in der letzten Kurve bleibe ich so an der Tanke hängen. Könnte ich verwetten. Da bin ich eigentlich prädestiniert dazu. Ich will da eigentlich gar nicht durchfahren, weil ich immer schluss hab, dass es da knallt. Aber du musst durchfahren. Ja. Es geht viel schneller. Ja. Wahrscheinlich, wenn du sie nicht nimmst, dann... Aua. Überholen sie dich. Also... Das war jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Jetzt musst du sie noch bis zum Beispiel. Ja, 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 ja. Tanke. Schlaf ist... Ja. Sehr gut. Parkplatz. Easy peasy und gewonnen. Keine Chance haben. Ihr Pisser. Lulatsche. So. Bist du jetzt überzeugt? Ha. Gut. Du hast bewiesen, dass du fahren kannst. Ja. Jetzt musst du zum Zielpunkt fahren. Der ist 1,66 Kilometer von dir gefahren. Dann fahr ich dich da... Achso. Falsche Taste. Ist ja markiert schon. Achso. Dann fahr ich dich da mal noch gespät hin. Und dann darfst du im nächsten Let's Play weitermachen. Mit dem Autofahren? Ja, weiß ich nicht. Du kriegst wahrscheinlich den Ultrawagen oder so. Ja, wahrscheinlich nicht. Oder du musst dann einfach vor Bullen flüchten. Aber das ist ein Datsun, kann das sein? Ja, ich hab keine Ahnung. Ich fahr ein Nissan Micra. Das weiß ich. Das ist das Einzige, was ich kenne. Fahre immer noch zum Zielpunkt. Ja, ja. Geht halt. Einfach mal 1.000 Meter noch. Ja, das geht ja schnell. Bist ja fast unterwegs. Richtig fast. Gegenverkehr kein Problem. Ja, drauf geschissen. Der hat sogar angehalten. Ja, wie der ist. Du warst so schnell, dein Navi hat gerade gesponnt. TomTom, wusste nicht, wo ich bin. Fahren Sie bitte ein bisschen langsamer. Ich krieg kein GPS-Signal rein, weil sie zu schnell sind. Too fast. So, Dille. Bin gleich da. Gibt's auf die Mütze. Oh, siehst du? Ich hab's gewusst. Du kriegst ein anderes Auto. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich hab's doch gewusst. Der kriegt noch ein anderes Auto und ich muss mit dieser Kackrübskiste fahren. Jetzt bist du dran. Ja, toll. Die nächste Mission kannst du aber im nächsten Part machen. Ja, war ja so auch abgesporen. Okay, dann machen wir hier Feierabend und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.